Servus Martin, gehen wir in die kleinen Teile, wo du noch davon laufst. Am Schluss im ersten Teil. Aushalten. Eins. Sensibilisier dich für den zweiten Teil. Eins. Da ist immer ein Einsatzwärts. Ohne hektik. Trio, du musst dich wiegen, du musst dich bereit, da wird dich über den Saal tragen. Jetzt bleibe ich bei der Stelle einfach. Und wieder. Ich spiele zu meiner Stelle dazu. Let's gehen wir weiter. Ich spiele zu meiner Stelle. Ich spiele zu meiner Stelle. Bitte wieder ein Video einfach und wenn es wieder Kleinigkeiten sind und wenn es wieder ein bisschen besser gegangen ist dann kommen wir weiter da Schönen Tag noch